Hallöchen und herzlich Willkommen zurück bei World of Warships. Ja, heute geht es immer noch mit Fiji los. Ich habe es immer noch nicht geschafft 7,5 Millionen rund zu erreichen. Mir fehlen immer noch 1,7, 1,8. Ja, so in den Dreh. Also mache ich jetzt noch ein paar Ründchen Fiji mit euch. Und ich muss mal kurz kontrollieren hier. Keine Berge mehr in Sicht. Also Zweitberge. Vorige Folge war ein bisschen komisch. Keine Ahnung warum, aber auf jeden Fall sah es ein bisschen lustig aus. Auf einmal Doppelberge zu sehen. Tut mir leid an der Stelle, dass es ein bisschen kacke aussah. Ja, lang geredet kurzer Sinn und wir fangen dann mal an. Innerhalb von einer Minute Gefecht zu starten. Und zehn Sekunden später wird das Spiel geladen. Ich vermute mal, desto höher die Schiffe sind, desto schneller kommen wir am Ziel, um Gefecht teilzunehmen. Ich glaube, die höheren sind am meisten aktiv als die niedrigen Stufe. So, dann schauen wir mal. Wir haben auch Stufe neuner wieder. Oh mein Gott. Ah, ich bin Stufe sieben und ich komme ja gleich mit einem dicken neuner. So, Fidji, 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 Fidji. Ja, Bundesbritannische Kreuzer, ganz gut. So, dann bleiben wir mal bis hey. Ah, ja, du, du, du. Nein, hör auf. So redet doch keiner. Gefechtsstation. Für Natur und Frieden. Nein, hör auf. Das gehört jetzt hier nicht hin. Mach weh das Leben schwer. Ich mach dir nur Spaß. Alles gut. So, wir haben vier Rauch, vier akustische Kacke. Äh, und viermal Heilung. Einmal Reparatur. Äh, und Wasserbomben. Und Torpedos. Und AP. Ähm, wir haben ein U-Boot in Sicht. Vier DDs. Die müssen zuerst weg. Die müssen hundertprozentig zuerst weg. So, oder so? So, wir schleichen uns mal hier ein bisschen ran, ne? Wenn der Bär schruft. Passe ich durch diese Ritze da? Würde ich da durchpassen? Oder ich lasse lieber und bleib lieber dahinter? Glaub ich die größte. Äh, ja. Es ist nicht die größte, sondern das Beste, äh, was ich je machen kann. Und zwar hinter diesem Bär schubladen, ne? Ja. Wir wollen nämlich hier gleich sterben. Das wäre total fatal. Guck mal, Tashkent. 9,30. Geht schon mal rein. Tashkent, du machst du wunderbar. Machst du gut? Ja. Tashkent. Ja. Tashkent. Du machst das schon, ne? Nochmal herzlich willkommen auf mein Kerl. Gute Unterhaltung, ne? Ich schieße mal hier kurz rein. Einmal darf ich ja wohl mal machen, ne? Ich weiß, äh, Nachladezeit, äh, eine Minute? What the heck? Okay. Okay. Ich sehe schon. Der bleibt dahinter. Dann bleibe ich auch hier hinter. Ich wurde noch nicht entdeckt. Alles gut. Ich fahre hier den hinterher. Ist mir egal. Ich wurde entdeckt. Geil. Oh. Sofort Nebel anschmeißen. Weil ich keine Lust habe auf Stress. Dankeschön, Charles. Du hast so ein herzergreifenden Lieber, Charles. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Natürlich. Ja, natürlich. Nebel, Wand, gelegt. Super. Und der Nebel ist hinter mir. Und der... Okay, warte. Huch, da hat es ein Ruckeli gegeben. Siehste, ich wollte noch was testen. Ich muss leider raus da. Rückwärtsgang eingelegt. Akustische Kacke angemacht. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Aber GO-Bude sowieso. Los, mach einen Rückwärtsgang. Alter Schwede, da braucht der lange. Oh, da war ein bisschen zu weit links. Okay, die ignorieren mich irgendwie. Ganz witzig. Er fährt langsamer. Ist doch Göttland. So, ich fahr so schnell wie möglich ins Nebel wieder rein. Äh, okay. Dann gibt wir ja Vollgas. Seh ich grad. Ähm, irgendwie ignorieren die mich, ne? Oh, volle Kanne. So. Ich bin gleich nicht mehr entdeckt. Das ist gut. Ach, der ist gebeached. Glück für mich. Yes. Wir machen Rückwärtsgang. Dann ob ich den kriege, aber... Oh, 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 oh. Ja, klar, ne? Hauptsache. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er trifft mich. Hart. Au. Das machst du nie normal. So, Nebel lichtet sich gleich. So, jetzt schieße ich auch mal ne Runde. So. Sag mal, wo ist denn der... der hier drüben war? Ich muss da mal kurz... Ist der schon weg? Ne. Ich wurde gerade entdeckt von Rupen. Glaube ich. Ja, 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 ja. Sollen sie mich entdecken? Ist mir egal. So. Ich versuche hier weiter einzunehmen. Ich fahr hier rein, ja. Ja, ich fahr hier wieder rein. Oh, 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 oh. No, 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 no. Du nicht machen schießen. No, 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 no. No, 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 no. Nicht gut. Nicht gut. No, 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 no. Lass mich doch in Ruhe. Nebelwerfer gestartet. Tschüss. Ich nehme mich ein. Okay, tops. Schaffen nicht durch. Okay. Ah. So. Rückwärtsgang. Come on, come on. Rückwärtsgang. Da bloß gehen da jetzt auf mich schießen. Ach nee. Was? Ja, die interessieren mich kaum. Oh, fahr doch jetzt mal rückwärts. Ja, na, klasse. Schloss da hinten. Hau ab. Nein. 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 Mann. Bauchspulzeit. Bis dann. Nein. Pauw. Nein. Jeie. Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 für edelburg und da sind wir spiel wird gerade gelernt also gefecht gefunden nach einer minute wartezeit und dann wollen wir mal halt mit unsere bismarck fahren ja natürlich nur stufe 8 da freut mich deutsche bismarck fahren und eine schick so wo gehen wir dann hin nach links wir gehen nach d natürlich langweilig hat man keine vernünftige musik hat und die musik hier im gefecht ist doch langweilig für dich ich würde gerne musik rauskrammen ich weiß ja nicht ob die musik erlaubt ist ich hoffe ja doch besser von nsc kopierechte freie gaming musik die geht nämlich knapp drei stunden momentan elektro light symbolisen drinne das denke ich mal in ordnung wenn man so andere musik spielen ich glaube die musik passt auch ganz gut für game macht so autopilot deaktiviert deaktiviert treffe ich treffe ich er weicht aus wusste ich es doch weil die zerstörer können mich ganz doll ausweichen sind sehr wendig sehr wendig ich glaube nicht dass ich hier was wusste die traurl ist der akustische dingsbums ähh zu weit weg mhm mal die kleinen rotzlöffel jetzt hier weghauen ah ja ein flugzeug von mir kaputt gemacht das ist aber nicht nett das ist auch nicht nett jetzt drei flugzeuge von mir weg what the hell das hat Spaß ich will mich abbrennen abfackeln mein gott wieso verstecken die sich immer alle na guck mal guck mal hier da ja ja klar looky look alle auf mich oh nein oh nein oh nein also einer wird mich treffen ouch zwei no 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 und noch fünfe ahhhh ey das ist doch ist doch nicht euer ernst das ist doch nicht euer ernst habt ihr luck gesoffen oder was was sind für ne scheiße hier nö 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 sorry aber nö das ist doch kacke und ich hab ja gesagt nicht jeden tag ist gleich nö 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 ach komm abholen ich mach's offscreen weiter ne also ihr müsst mir jetzt nicht zuschauen wie ich hier andauernd sterbe ahhh das ist doch ne sorry aber das ist doch nicht mehr normal okay ich sage ich mal das war es dann erstmal für diese folge wenn er nicht schön ist aber nicht mal kanal aktivierte glocke keine weiteren world of warships auf abends 20 uhr auf meinen kanal mehr zu verpassen ich bedanke mich dass du hier dabei warst nicht so viel spaß hat es wie ich und wir sehen uns am morgen abends wieder in world of warship vielen dank fürs zuschauen tschüss